Oh, Leute, nee. Ihr müsst mal ruhig sein. Oh, ich möchte mal ruhig oder gerne die kleinen süßen Möhrchen-Tönchen aufnehmen. Pssst. Ja. Genau, so ein dicker Ast im Weg. Darf ich den mal wegmachen, Soße? Möhrchen, sagst du noch mal was? Möhrchen, sagst du noch mal was? Ja. Möhrchen, sagst du noch mal was? Pssst. Du nicht, Möhrchen, du sollst. Ja, hallo, Möhrchen. Möhrchen, Möhrchen. Hallo, Möhre. Hier, hörst du mich? Hallo. Hat die sich da rausgewurschtelt ein bisschen, glaube ich. Ja? Hallo, kleine Möhre. Ich komme nur gucken. Ich mache jetzt gar nichts. Ja, prima. Danke, meine süße Soße, dass ich so viel gucken darf. Okay, ich gehe wieder. Vielen Dank. Heute Abend komme ich nochmal, ne? Gut. Danke, Möhrechen, fürs Tönchen machen. Danke, Restdecken, für ziemlich ruhig sein.